Mein Name ist Melis Heckmann, ich bin gebürtige Mannheimerin und angehende Volkswirtin, bin seit 2014 im Gemeinderat und kandidiere für Bündnis 90 Die Grünen für den Deutschen Bundestag. Ich bin Isabel Katte-Materie, ich bin 33 Jahre alt, Wirtschaftspädagogin und kandidiere für die SPD. Mein Name ist Konrad Stockmeyer und ich bin der Kandidat der Freien Demokraten hier im Wahlkreis Mannheim für den Bundestag. Mein Name ist Roland Hörber, ich bin der Kandidat der CDU für den Wahlkreis Mannheim. Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Fingler, ich bin der Direktkandidat der AfD in Mannheim. Ja, hallo, mein Name ist Jörg Fingler, ich bin der Direktkandidat der AfD in Mannheim. Innovativ, konservativ, zukunftsorientiert. Sozial, gerecht und ökologisch. Innovativ, dynamisch und weltoffen. Deutschland aber normal. Liberal, optimistisch, zuversichtlich. Soziale Politik für dich. Das haben vier Worte aber fast. Dass sie nach außen nicht so sympathisch rüberkommt, wie ich sie von innen erlebe. Nun, da gibt es viele Schwächen, die unsere Partei hat, das ist nicht nur eine. Ich glaube, die größte Schwäche... Mir fällt keiner ein. Sie hat keine Schwächen. Ich denke, dass wir gerade einen sehr hohen Anspruch an uns, an uns selbst auch haben. Aktuell ist, dass wir es nicht schaffen, die vielen sozialen Fortschritte, die wir durchgesetzt haben, auch in einem größeren Zusammenhang zu bringen und allen Menschen gut zu erklären, wieso das wichtig ist. Das Image unserer Partei extrem angekratzt ist. Das heißt, die Marke AfD ist jetzt ramponiert mittlerweile. Und dass wir gerade im Entwicklungsprozess sind. Und da verliert es sich manchmal in kleinen Maßnahmen und man sieht nicht so den Zusammenhang, wieso man das macht. Und... Auch beim Normalbürger, will ich jetzt mal sagen, der sich jetzt vielleicht gar nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen möchte, sondern der hört einfach nur AfD und dann hat er schon ein entsprechendes Bild davon. Dazu gehört es natürlich auch, dass wir uns personell vielfältiger aufstellen. Haben wir auch das Problem, dass wir innerhalb unserer Mitglieder zu wenig Frauen haben. Das ist für mich auch als Feministin sehr, sehr wichtig, dass wir auch in der Mitgliedschaft den Anteil von Frauen erhöhen in allen Gremien der Partei. Wir sind auf einem guten Weg, aber... Und dann müssen wir noch besser werden. Das ist eine fiese Frage. Ich als Freier Demokrat... Ich glaube, das fällt mir echt schwer, in der Tat nicht auf eine Partei festzulegen. Ähm... Also ich arbeite auch sehr gut mit der Linken in Mannheim zusammen. Die AfD und die Linkspartei auszuschließen. Und da ich euch selber eine selbständige Entscheidung ohne weiteres zutraue, überlasse ich euch den Rest. Wird eine konservative Partei. Weil ich von Haus aus eine konservative Einstellung habe. Die sagen, die CDU und die FDP stehen uns halt eben am nächsten. Ich glaube, es gibt eine große Schnittmenge zwischen den Grünen und der SPD. Das wären die Alternativen, die ich vorschlagen würde. Eigentlich gibt es da keine richtige Alternative. Das hängt natürlich auch mit ihrer jeweiligen Situation, mit ihrem Wohlfühlstand zusammen. Und machen sich über die anderen gar nicht so große Gedanken. Ich würde mir wünschen, dass sich die Jugendlichen und auch alle anderen Menschen sich die Programme genau durchlesen. Und schauen, wer es auch wirklich ernst meint. Und welche konkreten Maßnahmen die Parteien in ihrem Programm auch drin stehen haben. Musik Irgendeine illegale politische Aktion. Da ich sowieso Polizeibeamter bin. Keine gendergemäße Sprache verwandt. Das ist bei mir relativ wahrscheinlich, weil ich das nie mache. Weil ich das unhöflich finde. Über Rot fahren. Ich bin wahrscheinlich bei Rot mit dem Fahrrad über die Straße gefahren. Weil ich ein sehr impulsiver Typ bin, dass ich mich vielleicht mit jemandem gebettelt habe. Und da klappt es mir auf die Ohren. Meine Freunde würden glauben, dass das ein Versehen ist. Die würden das erstmal gar nicht glauben und sagen, also ein bisschen seltsam. Ja, also meine Freunde wären überrascht und ich auch. Kann ich mir das durchaus vorstellen. Das ist fies. Ähm. Ja, jetzt so. Jetzt habt ihr mich jetzt. Boah. Jetzt haben sie mich auf den falschen Fies erwischt. Der erste deutsche Bundestag wurde 1900. 49. 49. Ja. 48. 45. 46. So 1956 vielleicht gewesen sein. 940 gewählt. Bei dem Herbst sei das gewesen, aber ich bin da jetzt nicht sicher. Es ist 49. Ja, also vielleicht im Juni oder Juli. Ja. Später stimmt, ja. Doch, schon 49. Okay. Ja, also Herbst. Na fast, aber nah dran. Das Beste. Das Beste am Abgeordneten sein. Das Beste ist, dass man kein Befehls-Empfänger ist, dass man nicht einfach nur sein eigenes Ding machen kann. In der Regel, sondern dass man nach seinem Willen frei entscheiden kann. Sondern dass die Demokratie nur funktioniert, wenn man mit Wählerinnen und Wählern die Gespräche mit den unterschiedlichen Menschen, man kommt in einem ganz engen Kontakt und man bekommt dadurch einen viel breiteren Horizont. Das kann den eigenen Horizont unglaublich erweitern. Wenn ich es nochmal zu entscheiden hätte, würde ich es nicht mehr tun. Und das ist etwas, was mich heute immer noch sehr bewegt. Das ist ein Privileg und damit man nicht nur das auf dem Radar hat, was einen selber umtreibt. Alle anderen sind abhängig. Natürlich ist der Politiker auch abhängig. Er ist ja auch darauf angewiesen, dass er die Menschen, die ihn gewählt haben, auch vertritt. Das heißt, sie gehen immer auf die Ohren. Wenn sie was Gutes gemacht haben, dann sagt man, das muss so sein und wenn sie was Schlechtes gemacht haben, gibt es. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Beruf oder eine Berufung. Das ist, ich will es ja erstmal keinen Beruf nennen. Ich bin ja kein Berufspolitiker. Ich bin ja ein Hobbypolitiker, will ich es mal so nennen. Ich bin dabei, das Beste für sich und für Mannheim zu erreichen. Das ist wichtig. Ich finde, das ist ein undankbarer Job. Und das macht richtig Spaß. Wenn ich am 27. September nach Berlin fahren kann. Ja, sehr, sehr zum einen faszinierend, aber mir auch immer wieder neue Impulse gibt für meine politische Arbeit. Die Frage muss man manchmal stellen, ob ich würde, ich würde, ich würde, dass man mit Geld alles, alles machen kann. Wenn ich unheimlich viel Geld hätte, würde ich kostenlosen ÖPNV, also Nahverkehr für alle. Durchsetzen, dass wir ein neues Amt bekommen, was in der Lage ist, Katastrophen richtig und deutschlandweit zu koordinieren. Die Energiewende. Ein Programm gegen Armut starten. Aber ich glaube persönlich, mit endlosen monetären Ressourcen würde es nicht viel besser werden. Und jedes vierte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Für mehr Gerechtigkeit, für mehr Chancengerechtigkeit auf der Welt sorgen. Weil uns geht es ja gut. Und wir haben ja auch endlos Geld, wenn wir das in Anführungsstrichen wollen. Alle Formen von Armut mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, zu bekämpfen. Es geht vielmehr darum, dass wir, dass das Zusammenleben der Menschen, das muss viel besser werden. Weil ich selbst aus einer Arbeiterfamilie komme und weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, wenn man arm ist und in Armut aufwächst. Im Allgemeinen, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Das zum einen. Bei den letzten Katastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz gesehen, dass es zwar viele Menschen gibt, die helfen wollen und auch können, aber das Ganze muss besser koordiniert werden. Und das Angebot dann auch deutlich ausweiten. Eine bessere Taktung, auch nachts und in alle Ecken Deutschlands gut erreichbaren öffentlichen Nahverkehr. Für den Klimaschutz ist die Energiewende ein zentraler Faktor. Gerade wenn es um den Umbau vom Kohlekraftwerk geht und auch die Umstrukturierung und auch die Frage, wie können wir auch Technologien in diesem Bereich voranbringen. Wir müssen zwar die Digitalisierung stärken, da müssen wir massiv investieren in die digitale Infrastruktur von unseren Schulen. Aber es hilft nichts, wenn jeder Helfer ein Handy hat, weil die Netze werden zusammenbrechen, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen da sind. Wir müssen auch wieder althergebrachte Mittel einsetzen, wir müssen Walk-and-Talkies einsetzen und natürlich auch Old Fashioned Sirenen. Das ist so etwas, was mir so vorschlägt, dass menschliche Siedlungen davon nicht betroffen sind. Und ich glaube, das wäre für mich ein großes Anliegen. Also ich habe ja am Tag der Wahl auch meinen Geburtstag. Ich werde natürlich mit meinem Team, mit meinem Wahlkampfteam. Mit meinen vielen Wahlkampfhelferinnen und Helfern. Mit unseren ganzen Parteimitgliedern und Unterstützern. Das heißt, ich werde neben meinem Team und vielen Parteifreundinnen. Ich würde mit meinem Team feiern. Das sind sehr viele junge Leute der SPD bei den Jusos. Da sind ganz verschiedene Leute von den Freien Demokraten in Mannheim dabei. Also natürlich mit meiner Familie. Und meine Familie. Auch Freunde aus dem Privaten einladen. Wo würde ich hingehen? Auf jeden Fall nach Mannheim, das ist ganz klar. Da gibt es ja einige Möglichkeiten in Mannheim. Und ich würde zu einem bestimmten Gastronomen in der Mannheimer Innenstadt gehen. Und ich werde an einer Location am Neckar feiern. Auf dem Schiff, auf dem Neckar, würde ich gerne eine Schiffsparty feiern. Ja. Und ich würde mich wahrscheinlich nicht irgendwo festlegen, sondern ich würde mich nicht in Alpen ziehen. Das würde so im Jungwunschwitz wahrscheinlich enden irgendwo im Rottos oder so. Und den würde ich mit dieser Feier auch ein bisschen unterstützen wollen. Und wo ich feiern würde, das weiß ich doch nicht. Aufgrund der Corona-Situation. Wir werden sehen, wie Corona bis dahin ist und ob man feiern kann. Es ist in der heutigen Zeit auch schwierig zu sagen. Also das möchte ich mal offen lassen. Aber es wird auf jeden Fall gefeiert. Ich denke, eines der Cafés und Bars hier, Parklets, kann man dann auch draußen feiern. Auch wenn ich verliere, werde ich feiern. Da werden wir auf jeden Fall es richtig krachen lassen. Also das ist schön. Dann sage ich dieser Person Nun, das finde ich ein bisschen schade Ich würde das Gespräch suchen Da habe ich wenig Verständnis dafür Also wenn ich jetzt sagen würde, das enttäuscht mich, dann wäre das zu tief in der Gefühlswelt drin Damit stärkst du diejenigen, die garantiert was anderes wollen als du Denn die gehen in der Regel sehr häufig zur Wahl Und ich würde der Person sagen, mach es dir nicht so schwer Finde ich es wichtig, zumindest bei den Wahlen wählen zu gehen und sich die Zeit dafür zu nehmen Deswegen würde ich sagen, das ist eine Bürgerpflicht und der muss sich jeder aufstellen Und würde die Person fragen, warum er oder sie nicht wählen geht Und es gibt eigentlich keinen guten Grund, sich nicht an diesen Veränderungen zu beteiligen Auch wenn man jetzt vielleicht mit der Politik nicht so viel anfangen kann Auch wenn man frustriert ist oder aus anderen Gründen die Politik abgehakt hat Aber es ist wichtig, dass man eine Stimme abgibt Dass man sagt, hier bin ich, ich bin auch hier Und das gibt einem auch vielleicht ein gutes Gefühl als Staatsbürger Zu sagen, ich habe da was mitbestimmt ein bisschen Und seine Stimme da abzugeben, was man sich wünscht Eine Wahlentscheidung muss auch kein Glaubensbekenntnis sein Und würde ihm nochmal oder ihr nochmal erklären, warum es total wichtig ist, gerade bei dieser Bundestagswahl zu wählen Weil wir alle spüren, dass sich sehr viel verändern muss Weil es gerade um eine Richtungswahl geht In welche Richtung es gehen soll Und vielmehr ist ja auch damit eine Enttäuschung verbunden Dass die Menschen beispielsweise in der Vergangenheit Erwartungen haben, die nicht eingetreten sind Und nachzuhorschen, was eigentlich die Themen sind, die die Menschen bewegen Und was sie jetzt dazu bewegt, nicht wählen zu gehen Und wählen gehen ist kein großer Aufwand Geh mal nach dem Ausschlussprinzip Benutz vielleicht den Wahl-O-Mat Und selbst wenn du mit einer Partei auch nur zu einem Teil übereinstimmst Geh wählen und überlasse es nicht den anderen, die was anderes wollen als du Weil das Wahlrecht, der Name schon sagt Ist das Recht eines jeden Staatsbürgers, dies wahrzunehmen Und deswegen sollte man das auch tun Wenn wir uns anschauen, was in unseren Nachbarländern passiert Es gibt sehr viele Länder auf dieser Welt, in denen die Demokratie nicht so weit entwickelt ist Wie bei uns hier in Deutschland Oder ein Staat weiter, wo die Leute auf die Straße gehen Und für ihr Wahlrecht kämpfen Die ihr Leben einsetzen, dass sie wählen dürfen Und wir schnipsen das so weg und sagen Oh, das sind ja ohnehin alle solche oder solche Dann halte ich das für unverantwortlich Unsere Großväter sind dafür auf die Straße gegangen Egal ob Männern oder Weiblern Dass es ein allgemeines, gerechtes Wahlsystem gibt Wo jede Stimme gleich viel Wert ist Und wir müssen aufpassen, dass dieses Recht nicht mit Füßen getreten wird Denn nur wenn alle wählen, setzen sich die Parlamente auch so zusammen, wie es dem Willen des Volkes entspricht Liebe Wählerinnen und Wähler Warum Bock auf Wahlen haben? Weil es um eure Zukunft geht Es geht um unser Land, es geht um unsere Zukunft Vertreten Sie Ihre Rechte Am politischen Leben teilhaben Wir haben keine Zeit zu verlieren Und deswegen muss jeder und jede seine Stimme hörbar machen und zur Wahl gehen Bisschen mehr über die Dinge nachdenken Wirklich eine Richtungsentscheidung Den Klimaschutz, die Transformation der Industrie und auch soziale Freien Und ich denke, wenn ihr euch klar macht In wie vielen Ländern dieser Erde Jugendliche, junge Erwachsene Nicht die Möglichkeit haben In freien Wahlen mitzubestimmen Wer sie regiert Dann wird euch klar Wie unglaublich wertvoll und toll das ist Dass Sie das hier in der Bundesrepublik Deutschland Am 26. September Machen könnt Bitte gehen Sie alle wählen Es ist sehr sehr wichtig, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ausfällt Dass deine Stimme in dieser Wahl auch Gehör findet Haben Sie Bock auf Wahl, ich habe es auch Das ist sehr wichtig, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ausfällt Das ist sehr wichtig, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ausfällt Das ist sehr wichtig, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ausfällt